Hier gibt es Tomaten. Ach nee, hier. Und das ist auch eine Tomate. Guck mal, eine Tomate mit Hut. Das waren keine fünf Minuten. Nein, fünf Sekunden hast du gesagt. Alles andere, was du wegnimmst, ne? Ja, ich ernte ein paar Tomaten. Ich bin Tomatendieb. Jetzt gibt es keine Perlsuppe bei mir. Was ist das hier überhaupt? Hier sollte ein Steak hin. Hier wollte ich angeln. Oh, Vogel. Ich habe auch mal. Du hast da deine Bananen. Oh, ich kann keine Bananen mitnehmen. Ich muss jetzt mal reingucken in mein Inventar. Essen. Hier ist nicht mal was verdorben. Warte kurz. Achso, Kakao ist noch nicht reif. Ich würde eigentlich Kakaoenden statt... Hier ist nicht mal was verdorben in meinem Essen. Oh, ich habe genug. Ich mache mir die Tomaten fertig. Ja, der Mann wird zwar fleißig, wie man sieht. Oh, das war übersteuert. Oh, ich bin ein Affe. Ich darf das. Hier haben wir jetzt mal unser Lager, ne? Das andere, da guckt jetzt keiner hin. Da guckt jetzt keiner hin. Oh, das ist aber auch ziemlich groß geworden. Was? Das ist noch klein. Ist ja überall was drin. Oh, wir haben Platz. Ich habe alles einsortiert. Ja, ich sehe das. Oh, ganz viele graue Kästchen hast du hier einsortiert. Geil. Das kann nicht jeder, ne? Stockwerk übergreifend. Ja, ich weiß. Oh. Oh. Lass die Fackel an. Jetzt gibt es Kloppe. Wer hat denn schon wieder da die Tür aufgelassen? Er hat es nicht gesehen. Oh. Klamottenschrank? Ja. Oh. Ich kenne das noch gar nicht. Das ist unser Haus. Die Uhr? Die musste sein. Ja? Die haben wir auch extra geklaut, deswegen. Ach so. Nein, wir haben die geliehen. Wir haben die extra geliehen, deswegen. Ähm. Wer duscht da? Und der guckt auch noch eiskalt zu. Hat sich hingesetzt. Affenmann! Oh. Schön. Die hat zu mir Affenmann... Aha. Ich kack mal. Guck. Du auch? Ich setze mich andersrum. Ich mache auch Schuh. Hier ist keine Lüftung. Vergiss nicht, Hände zu waschen. Hände waschen kann man auch? Also die NPCs können das zumindest. Nee, die leuchten bei uns nicht. Da sind ja noch mehr. Links ist Darmtoilette. Das ist eine Darmtoilette. Ich bin doch eine Dame. Was sehe ich da oben? Oh, 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 oh. Ich muss hoch. Mini-Kühl... Wo kommen die her? Wo hast du die geklaut? Ich habe die hergestellt. Ja, 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 ja. Die hast du geklaut bei Aldi. Nein. Nein? Da waren Kühlschränke im Angebot. Oh, geil. Endlich haben wir Kühlschränke, ne? Ich würde den ganzen Raum hier mit voll machen. Was ist das? Habe ich ja gedacht, das ist Fluffy. Fluffy? Warum kann ich Fluffy nicht an... Weil ich ihn gerade schon geerntet habe. Ach so. Aus dem bekomme ich die statischen Zellen und somit können wir Kühlschränke herstellen. Fluffy scheiß statische Zellen? Das ist geil. Warte mal, Prost. Er macht uns mindestens die. Ah. Da steht jemand in deinem Bett oben. Oh, die schon wieder? Ach, das ist mein Bett? Ja. Wir sind gleich hier. Ja, aber, 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 aber... Raus da! Mank Affen, Mann! So. Ich aff dir gleich mal was. Monkey Man. Das ist dein Zimmer, ne? Genau. Hier ist ein großer Kühlschrank. Den haben wir ja mal gefunden. Hier habe ich erstmal was richtig nahrhaftes reingetan. Der kommt noch später woanders hin. Ich habe dir auch was reingetan. Da gibt es Miete, da hat wieder die... Ach, die da oben hast du... Genial! Zum Vermieten, ne? Genau. Obwohl, da könnte man noch die Zimmer unterteilen. Die brauchen nicht so viel Platz. Oh, Fluffy lebt! Der hat sich eben bewegt. Hm, ja, das ist manchmal ein bisschen faul. Ja, aber hast du fein gemacht. Ich habe noch gesehen, man kann irgendwie etwas herstellen, damit man Tiere verschieben kann. Also, vielleicht könnten wir die Hühner eines Tages wieder herbringen. Oh ja, das wäre schön, ne? Und mein Elektrohuhn. Ja, du warst fleißig, wie man sieht. Oh, zu Hause, äh, abbrechen. Wollt auch mal. Hallo, Vogel. Willst du dich sterben? Komm mal her. Vogel! Hm. Ne. Häckst du nicht wirklich weiter? Oh! Hey, Vogel! Ja, ja. Oh. Hast recht, 50 Pixel. Oh, hier geht's weiter. Märchen. Was ist das, Kartoffeln? Hm. Schuhe. Oder Spielstift. Augen. Achso, ich sollte mal was essen. Wow, Bananen bringen ja fast gar nichts. Ich habe hier noch ein bisschen Einrichtung dabei. Ja, du musst ja deinen zum Beispiel auch noch einrichten. Ich warte noch, bis ich das Zeug irgendwo bekomme. Oh, hi Männer. Was machen wir auf dieser Insel hier? Hier können wir ja auch noch was Schönes bauen. Miethäuser. Ja, genau. Sind zwar nicht gerade günstig mit 250 Pixel, aber... Die Miete ist dementsprechend auch. Ja, und hier geht's ja nachher irgendwann weiter, ne? Uh, hier auch. Hallo. Genau. Hier geht irgendwann das Beet weiter. Was haben wir denn noch so? Hier komme ich doch nie wieder hoch. Achso, wir haben ja... Oh. Nein! Du musst den drücken. Ich muss mich erst an den Doppelsprung gewöhnen. Obwohl ich das schon hatte. Oh. Eins, ja. Doppelsprung der Feinde her. Lieder! Äh, war ich sowas? Ich hab so viel zu futtern. Ich wollte mir ja auch erst mal was zu essen machen. So. Ach ja, wie ging das? Mit F. Okay. Eine Kugel. Ja. Ja. Rolling home. Rolling home. Mui. Mui. Ich fühl mich heute so kugelig. Oh, du hast mich ein bisschen abgenommen. Das geht nicht. Danke. Habe ich hier auch Doppeljob? Ne, hab ich nicht. Ich wäre ein bisschen überpowered. Ja, wo haben wir denn... Aber du kannst später mit den Mechelkarten so upgraden dein Ball, dass du zum Beispiel oben an der Decke langlaufen kannst. Hier fehlen auch die Fernseher, ne? Mir fällt auf, wir haben keinen Gemeinschaftsraum. Wir haben da oben noch Platz. Was? Das sind ja alles nur Zimmer. Ne, ganz oben. Oder so. Ne, da soll es noch höher gehen. Dann bauen wir uns ein Gemeinschaftshaus. Ganz viele... Ein Clubhaus. Hast du noch diese komischen Dachziegel? Irgendwo einsortiert. Ah, ich muss mal was trinken. Entschuldigung. Heute war auch wieder... Ah, ich werde nächstes Jahr, zumindest die ersten Wochen, etwas sehr geschlaucht sein. Ach so, ich wollte kochen. Wenn das jeden Tag so ist wie heute, dann wird das so sein. Oh, ich muss mal mich heilen, glaube ich. Kann ich hier auch kochen? Kupferbarm? Ne, hier kann man nur sowas machen. Ah, mein Auge drehen. Da hinten ist die Küche. Ach hier, hast du das aufgeteilt bisschen in Werkstatt und in Küchenbereich? Geht doch mal weg, kommt ein Lagerfeuer, Mädchen. Banane im Backteig. Schokolade kann ich noch machen? Ich kann 14 Schokolade machen. Nein! Wo kann ich ganz normales Essen machen? Die Tomatenkram? Eigentlich auch da, wenn du passende Rezepte hast oder einfach ans Feuer. Äh, wo denn? Ich sehe das jetzt nicht hier. Nicht da? Ach, kacke. Ja, Entschuldigung, das war... War aber nicht ich. Doch, ich war das. Bin noch etwas verwirrt. Äh! Genau, steht sie wieder vom Feuer. So. Fluffy, hat da wieder eine Zelle für mich? Das ist schön, das ist schön. Essen können wir ja dann ja prinzipiell oben einlagern im Kühlschrank, ne? Genau, am besten die rechte Seite nehmen, weil die linke überarbeite ich noch. Ja, ich will jetzt nicht alles Essen mitnehmen, was verderben kann. Guck mal, ich hab so viel hier. Kann man irgendwo sehen, wie lange das noch hält? Nein. Schade. Dann tun wir mal ein paar gekochte Tomaten rein. So. Weißt du, was ich letztens bekommen hab? Ach so, warte mal. Ein Fisch. Ich hab jetzt E gedrückt. Ach, jetzt bin ich im anderen... Du hast einen Fisch bekommen? Ja. Weißt du was? Du bekommst gleich noch was. Warte. Huch. Nicht zwei Fische? Nein, warte. Oh, jetzt ist es weg. Warte, 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 warte. Ich muss... Ja, denn den und dann... Oh, ein Kaffee. Ich hab noch ganz viel im Inventar. Ich hau dich. Kannst du die Türen zu tun? So, und jetzt zum Zimmer. Du hast ja auch Türen reingebaut. Das ist mein Zimmer? Gut. Ich hab ja hier noch... Ich hab ja hier noch... Oh, ein bisschen. Ich hab ja hier noch... Ich hab noch was. Aha. Das weiß der Manfred nicht, dass ich das hab. Nee, nee, nee. Die Süppchen, das sparen ich hier. Nein, nein. Ach so, ein Teddy. Die wird dir aber auch nicht helfen. Damit du mir den Teddy nicht glaubst. Eine Standardlampe Ah, ist hier was ein Twitch-Chat, aber der Name ist so grün, das sehe ich nicht mehr. Scheiße Gut Jungs, pünktlich zu meinen Abendmahlen seid ihr online und könnt mich unterhalten. Ja, ja Wir tun unser Bestes Alarm, Licht? Ne, ich kriege die Namen nicht auf andere Farmer Aber guten Tag oder Abend Das wird mal auf Dauer, aber ein bisschen nervig Ja, dafür schenke ich dir das jetzt Mir fehlen noch ein paar Möbel Die können wir uns ja arbeiten Ja, wir können ja wieder auf Klaufahrt gehen, ne? Wir könnten natürlich denn die Hauptquests weiterführen Ja, ich habe hier aber noch richtig Zeug im Inventar Was habe ich denn hier alles noch? Irgendwelche Gefängnissachen habe ich hier noch einen Kohleautomaten Kohleautomat, den können wir doch bestimmt irgendwo, wo soll ich den hier unten mit hinstellen? Bei den Kühlschränken? Oder willst du dann nur Kühlschränke haben bei den Kühlschränken? Da wollte ich eigentlich nur Kühlschränke Dann stelle ich den Kohleautomaten aufs Klo Der ist aber eigentlich mehr was fürs Clubhaus, ne? Genau So Lager es erst ein Ich lage jetzt Ich entrümpel mich jetzt Ich gehe nur einen Kühlschrank herstellen Ja, mach das Oh Tür, Tür Tür zu Roger, Roger Eins, zwei Hier ist leer Ich muss bloß mal gucken Hast du denn schon Irgendwo was einsortiert? Ja, klar Hast du oben angefangen? Unten angefangen? Ich habe jeden Bereich Also, erste Tate, zweite und dritte ist befüllt Ja, bei mir ist überall nichts drin Ja, du bist ja in den falschen Drohnen Ich meine das Hier hinten hatten wir doch Hier ist was drin Das ist Da hatten wir die Lichtquellen einsortiert, ne? Ich habe noch eine Standardlampe Die habe ich damit reingetan Genau Ich kann mich schwach erinnern Hier sind Tische und Stühle Gut Hier Ja, 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 ja Das habe ich sogar angefangen Einzusortieren, so, ne? Ah, ich habe rechte Seite einsortiert Genau Hier, diese Truhen meine ich jetzt Weil ich so viele Einrichtungsgegenstände habe Was ist das? Eine Weeping Bank Das kann damit rein Dekoration Hm, die ist schon voll, ne? Ne, da ist noch Platz Dekoration Nein, 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 nein Behälter Gefängnis Gefängnis Lampen Die Lichterquelle Holzbehälter habe ich auch noch Lampen ist, glaube ich, hier drüben Ja, die ist aber voll, ne? Ja Nimmst du immer was raus, was man nicht mehr braucht? Den ganzen Gefängniskram Was ist hier drin in den Truhen? Die sind leer Mache hier jetzt erstmal den Gefängniskram rein Ich gehe erstmal Bäume empfällen Ja, ich Das zeige ich nachher noch Das kennt ja keiner Ach, dann mache ich hier den Technikkram rein So Hast du irgendwo eine Truhe, wo du Holzkisten drin hast? Musst du dich umschauen, ich weiß es jetzt nicht mehr Oh, ich hätte ja sein können, dass er Auf Anhieb Ach, sowas merke ich mir doch nicht Ich auch nicht Dafür sind es viel zu viele Drohnen Ach, gar nicht die paar Drohnen Dann mache ich sie jetzt hier rein So Das kann da oben rein Ne, das ist die falsche Hier So, und das behalte ich Dann habe ich das schon mal ein bisschen leer Hier ist gar nicht viel drin Hier sind die Batterien drin und Leder Das hatten wir noch so nicht hier, glaube ich Hier sind Hier ist die Sand drin Aha Fenstergitter Gut Oh Ein Räumchen nach den anderen Ach so, wir haben ja auch genug Platz Na gut Wir können ja ordentlich was einlagern hier Wir haben ja das, was wir da nicht mehr hatten Platz Ich könnte Aber das brauche ich selbst Das Leder würde ich noch gerne irgendwo lassen Was mache ich denn hier rein Was ist das? Blaues Blüten Handwerksmaterial Leder ist ja auch Handwerk Handwerksmaterial, ne? Leder ist auch irgendwo einsortiert Ja? Ja, du musst alle Truhen mal durchchecken Nicht irgendwo einsortieren, wo es dir mir nicht hingehört Ja, aber hier sind 25.000 Truhen Dann bin ich ja die ganze Folge mit beschäftigt Die Truhen durchzuschecken Ach Quatsch Weil ich nicht weiß, welche jetzt Überall schnell E drücken Und dann siehst du es schon Tut mir leid Ja, das wird ja wieder eine Sortierung Wenn ich da alles wieder selbst zuordnen darf Nö, ich suche jetzt deine Truhen ab Ah Du musst dich anstellen Ich Hört mit anstellen nichts Und jetzt komme ich da nicht mehr ran Okay Ja, hat sehr wohl was Hier kann ich danke Ist ja wie auf Arbeit hier Einsetzen Was ist das? So Ach, hier sind die Dachziegel Ehepaar, das fehlt nur noch Dann brauche ich einen Psychiater Lass mich scheinen Wieso? Hör ich doch Nein Hier hast du Ja, ist alles einsortiert Zwei Truhen schon Wo Fenstecke da drinnen sind Nein, nein, nein Alles einsortiert Nein, nein, nein Guck doch mal ganz oben Nein, ich soll alle Truhen durchgucken Hast du gesagt Jetzt gucke ich alle durch Nein, das meine ich nicht Warte mal, hier ist die Habe ich die Kerze ausgemacht? Der hat falsch verstanden Ah, das war's ja Ich muss gerade pullern Kann sich nur um Stunden Mal haben ich ihn jetzt gemacht? Achso, da war was drin Stundenhandeln Das war bestimmt einer von denen hier oben Weiß ich nicht Da bin ich noch nicht gewesen Hier ist doch Leder Ich weiß gar nicht, was das Wo? Wo? Hier? Da Da habe ich noch nicht reingeguckt Links ist Hier oben ist Erze Hier oben ist Erze Alles einfach einsortiert Und die großen Goldbahnen Ja, 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 ja Und die großen Kisten hier brauchst du nicht Die sind leer Na, weiß ich ja nicht Da fragst du einfach nach Hab ich doch Du hast gesagt Ich soll alle Kisten Ah, unsere Kernfragmente Das war auch schön, ne? Rückskiste Ah, zwei Diamanten Wir müssen in Diasfarben gehen Ich brauche eine Diamantenrüstung Was kann ich denn noch alles einsortieren? Die Batterien haben wir die Hast du da auch schon irgendwas für? Hast du Batterien schon irgendwo einsortiert? Irgendwo hier oben Guck mal Da Da sind 16 Das hört sich verdächtig an 16 Modul-Dinger da Ist das nicht hier oder war das Doch tatsächlich dort Kupfererz Kupfererz kann ich ja dann bestimmt hier irgendwo loswerden, ne? Gold Gold Ich dachte Eisen Nein Nein Ah, schön warm gerade So, und dann hab ich hier noch blaues Blütenblatt Und Rotes Blütenblatt Wo soll Wo wollen wir das bei dem Leder mit reinmachen? Oder hast du da schon Nein, das ist Müll Da steht Handwerksmaterial Das ist Müll Oh Die packe ich sofort immer in den Papierkorb rein Dann hab ich noch Regenbogenholz Saas und Schaf Guten Tag Hallo Ist das Officer Schaf, Old Man? Du, ich hab noch Regenbogenholz Hast du das auch irgendwo noch drin? Nein Das hab ich auch gelöscht Weil ich hab da keine Bau Na, Baublöcke mehr Nur gehabt Oh, einfach löschen Das hab ich in meinem Leben Ich hab da nicht so Und dann Ich hab da nicht so